Unnötig. Richtig unnötig lange gebraucht. 20 Level ist aber schon viel. 20 Level ist aber schon sehr viel. Wir schauen, dass wir wieder in die jeweilige Richtung gehen. Schauen wir, dass wir immer so ungefähr ein Level zusammenkriegen. Oha, Alter. Drei Maier, komm, nix kommt aus. Was ist das für den Scheiß? Schauen wir, wie viele Maier gehen. Nix kommt. Oha, Alter. Werde ich gleich aufgefressen oder wegen dem Scheiß? Ja, das kriegt dann wieder irgendwer. Naja, das ist nicht das Problem. Das ist dann wieder ein großes Problem. Weil ich muss immer irgendwie ein bisschen der Zeit auch voraus sein. Ich muss der Zeit immer wieder ein bisschen auch voraus sein. Wir können schon gerne in die Richtung gehen, aber du musst immer ein bisschen den Gegnern voraus sein. Das wird jetzt echt noch eine lange verdiegeln. Schadenzone. Ich seh das schon. Das ist kacke. Ich seh das schon. Am besten gleich einfach nur straight hinlaufen. Wär besser. Aber weißt du, jedes Mal, wenn ich mich auf das konzentrieren will, auf den Sarg. Das ist komisch. Das ist echt komisch. Und dann ist die Wapp für Urscheiße. Das wärs. Du bemühst dich extra dies, das jenes. Das war's. Wir gehen wieder 100.000 Gegner. Also theoretisch gesehen, müsste ich eigentlich eine gewisse Stärke haben. Egal. Irgendwann werden die schon mal gehen. Zumindest du steckst du den Boss allein schon. Wie die Ewigkeit zu mir verziehen zu gehen? Jetzt hab ich mir fast überlegt, ob ich sammle. Aber nur fast. Das ist aber schon ein bisschen was. Ja, wenn ich mich vielleicht bemühre, irgendwas wird's vielleicht nicht besser. Na schau, wenigstens einmal rot. Na immerhin. Jetzt geh ich erst recht wieder zurück. Alles klar. Macht Sinn. Jetzt geht's aus. Jetzt geht's aus. Ja, genau. Da so. Biegels und Havara. Dann da. Dann da. Dann da. Genau. Bis zum Fragezeichen. Da dauert uns das eh nur eine Ewigkeit. Also dementsprechend. Biegels. Ehhh. Yeah. Kiiste das nicht. Ja. Aber ich geh jetzt doch. Kiste wird definitiv Leiband, was ich da so mitgekriegt hab. Aber ich geh mich ja nicht aus. Die. Zerlegen. Ooooohh, mit den Knochen mit der Pi-Step oder der Pastel zu erna, oder? Postel vollgast zu erna, die Knochen und was. Da lege einer! Die werden einer! Die werden einer ein bisschen gewösser! Die eine Fledermaus verfolgt mich schon seit ner Ewigkeit! Fackt mich nicht! Ich muss eh unbedingt wissen, die Fledermaus, aber ich so das dezente Gefühl! Die Fledermaus, wie es wisst, Alter! Die hat zu mir gesagt gehabt, oder ich fick deine Mutter, Alter! Ich sag's dir! 100%! Er hat sich verschworen gegen mich! Jetzt ist er richtig verschworen! Ich will mich ficken! Ich will mich 100% ficken! Die Geister kommen auch schon! Na super, ich bin verblöht, den Röster haben! Ach, du Schwitz! Das leid schön! Aber wurscht! Ich nehm den Knochen! Kleiner Funfact! Ich hab immer, wenn wir eine Mario Party gespielt haben mit der Family oder mit Freunden, immer Knochen trockener gespielt! Immer! Immer schon damals! Ich weiss ned! Der hat mir schon immer Pest gefallen! Lustigerweise jetzt mit den Knochen unterwegs! Ah, da witz ja, wo wir Suppressen geben, oder? Oder nur Münzerle! Das taugt mir nicht! Das taugt mir nicht! Das taugt mir nicht! Das ist ja die Ekeli wieder, oder! Hä, hä, hä! És eh schon wurscht! Ui! Ui! Kriegeskreis. Die wollen schon wieder Blutwiese sehen. Die wollen wieder Blutwiese. Blutwiese! Blutwiese! Uh, 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 uh! Gar keine Toten, San Peter. Wo sind die? Wo sind die Toten? Also da ist die Toten, San Peter. Ich denke schon, wo sind die Gegner? Wo sind die Leute? Das war wohl nix. Ah, die machen mit Absicht mehr. Ich hab zwar noch 20 Kilometer noch vor mir im Arsch, aber hey! Ist ja nicht so, wie würde ich dann ab und zu 10 Minuten, ab und zu 10 Minuten eh schweizen müssen, oder? Ich hab nix gesagt. Ja, dass da noch einen so einen Scheißdruck da ist, kommt ja eh klar. Dass da mir nicht gegönnt wird. Dass da mir nicht gegönnt wird, war eh klar. So ein Huhn. So ein Huhn. Aber eh klar, dass es mir nicht gegönnt wird. Aber wahnsinn, frechert. Oh. Bis der. Ich verlangen jetzt schon. Ja. Ich verlangen jetzt schon mal. Aber ich vielleicht auch kündig bin ich nicht. So, wir gehen schon mal langsam. Uh, der ist jetzt schon wieder's hier. Ich kann mich auch nie entscheiden. Ob ich jetzt dort hingehen soll, oder nicht? Oder hier oder hier oder nicht. Mit den Knochen schlafen. Mit den Knochen schlafen merkst du schon. Merkst du schon. Wenn ich jetzt sogar noch für die Knochen noch ein Double hätte oder so. Oder so. Dann würde ich Ding 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 gehen. Oh. Da liegt was herum. Man sieht immer teilweise die Gegenstände so schwer für mich. Da ist. Ich finde immer ich tue mir da urschwer beim Anschauen. Wo der jeweilige Gegenstand ist. Auf der Karte Super Lion. Oder sonst ein Scheiße. Das könnte jetzt mein Knochen werden. Ja. Ja. Wenn sobald die Tepperten Fledermäuse kommen. Dann sowieso. Ich schaff das auch von mir zu dem Scheiß Fragezeichen. Ich weiß nicht was mit mir los ist. Der Zug aus mit mir. Der Zug aus mit mir. Das ist wie verhext. Das ist wirklich wie verhext. Wie würde da irgendjemand was mit Absicht machen. Oder so. Keine Ahnung. Wie würden sie es mit Absicht schwer machen. Ja. 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 Ich hab das in der Richtung. Weil ich halt quasi schon mal Vicky was gescheites mache. Ja. Ich wollte mir das voll machen. Kann man los. Kann man den felfen jetzt verlassen. weil die nimmt doch gleich mehrere mit und alles das ist schon das geht schon haben wir ihn schon lassen ja wir sind schon relativ weit ja wir sind schon relativ weit also von den Minuten her nicht von den Gegenständen her oder jemals nach das haben wir sehr sehr weit hinten nach das wird nach oben gestern das war nichts das war einfach nur gesammeln genau so schlecht geht es nicht aus das war eigentlich für den oder freischaltenden Bedingungen besiege insgesamt 100.000 Gegner ok ja dann nehmen wir gleich noch viel aber die Lebenspunkte die Lebenspunkte die Lebenspunkte können wir dann später sowieso noch erhöhen also so ist es auch wieder uuuuuhh lotter Federn da werden wir schon mal langsam in die Richtung gehen mit den Federn sicher das muss man da definitiv wenigstens irgendwas da herkriegen mit den Federn und das ganze ist ein alter Muss einfacher Muss da kann es ja so verwirklich mehr runter als wir rauf gehen aber das ist ja wuscht ja Boomerang ja ist jetzt nicht gerade so meine erste Wahl oder irgendwas in der Richtung aber ist ok ist definitiv schwer in Ordnung solange ich immer wieder mehr an mein Ziel in die Richtung meines Ziels komme ist definitiv in Ordnung ich bin dann doch irgendwie gerade für das Anfangsgebiet lohf ist dann doch gar nicht mehr so ins wieder so lebenstechnisch bist du halt relativ sehr stark am Arsch aber ist ja wurscht nehmt man in Kauf nehmt man gerade am Anfang in Kauf spät, oder? sehr wurscht ah, lieber Geschnelligkeit lieber Geschnelligkeit wir haben eh so viele Geschosse wir gehen dann eh in Richtung Federn und das ganze das passt dann eh er versuchte sich den Angegner mit dem Rennen so ein bisschen weiter umgeschirr ja genau da sehen wir uns später wieder Glück ah, das ist scheiße was wir da gekriegt haben das ist scheiße Glück was machen wir da eben ja, na gut ja, keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung ob wir wirklich Glück brauchen könnten aber ja, na gut probieren wir es halt aus das ganze was halt dabei ist das halt schneller halt vielleicht das eine oder andere entriegen können was nützliches das könnte es vielleicht sein hm hm boah, das ist praktisch in so welchen Momenten ist es dann wieder extrem praktisch wenn es da herkommt ja, das schmeckt das schmeckt dann auch noch das mit der Reichweite dann auch noch das mit der Reichweite ist auch noch Baba naja das müssen wir nochmal ausprobieren wacht nicht Schäfte das müssen wir einfach mal ausprobieren füx Dabei kann ich schleicht, ich kann es nicht so ganz einschätzen, ob das mir Schaden macht. Ich kann es nicht wirklich ganz einschätzen. Aber ich finde wenigstens schon mal eine gute Richtung mit dem Knofi und das Ganze, damit du wenigstens ein bisschen was zum Sammeln hast. Immer für zwischendurch, damit du, wenn du schon in die Richtung gehst, wenigstens schon mal was aufbauen kannst an Sachen. Also es ist natürlich dann irgendein Leuchten, der da in der Nähe, dann bleiben wir auch da. Naja, zum Beispiel den, den will ich natürlich dann besiegen. Ob man da jetzt einen Gegner in der Nähe, der hier kommt, diesmal dann wüscht. Aber abzuhören wir das und du wirst das sogar noch ein bisschen sammeln, mega. Hauptsache, wie ich schrie und dann noch nicht im Plan. Aber mir kommt es immer wirklich so vor, wie würde ich immer weiter nach unten statt nach oben wandern. Ah, das mit den Abliegenzeiten, das wäre besser. Das wäre besser gewesen, das wäre jetzt definitiv besser gewesen. Das wäre jetzt ein Fehler von mir. Das kann ich dann später auch noch mal holen, hoffentlich zumindest. Also wenn ich mich jetzt so lange spiele, wie jetzt, werde ich das nicht lange überleben. So, ich dachte ja. Da bin ich immer schon an. Er kommt sich da an. Aber der Adel lebt noch immer, alter. Schau schon, schau schon an. Schau schon an. Der Adel will nicht krepieren. Er will auch wo nicht krepieren. Er will nicht. Gibst du, gibst du. Jetzt wird es einmal Zeit, für was du ich Glück sammeln. Ich schwitze mir dann so runter, oder? Du, du auf Glück. Ich krieg mir einen Scheißdreck. Gib mir ein Double, wäre besser. Das geht mir überhaupt nicht für Grundschaden. Rudi am 10er hoch. Ja, also, ich sage mir nichts dazu. Ich sage mir sicher, ich sage mir nichts. Aber wir werden Richtung Grundschaden gehen. Was mir das auch noch erhöhen. Alter, da mit dem Knofi oder dem B-Stepper. Dann stink ich, Alter, 20 Kilometer weit. Und ich fliege schon alle um. Alter, das wird kein Königshack, Alter. Irgendwas in die Richtung, Alter. Da sind jetzt alle weg. Alle weg vom Fenster, Alter. Der ist so fein aus der Pappen. Er wehrt sich noch schnell. Nein, nein. Steppert. Wenn wir sich ehrlich sind, wie weit sind wir bis jetzt, hat es nicht wirklich kommen. Wenn ich mir das eigentlich so überlege. Irgendwie nicht. Würde mir aber trotzdem lieber erst zum Fragezeichen gehen. Nein, nein, nein. Versp... Nein, sag's nicht. Besser sag's nicht, weil sonst bin ich wieder in Osterham. Besser sag's nicht, was wir tun haben. Hahaha. Oh, wieder Blutwisse. Und Verdopplung. Wichtig, wichtig, liebe Leute. Jetzt haben wir's, Alter. Jetzt haben wir's, Alter. Mit Doppelung. Dies, 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 dies. Ui, Memo. Ui, guck mal da. Pistip und der Zerleger hochzähnen. Zerleger hochzähnen. Zerleger. Brrrrrrrrrr. Mach-Hinten. Piepst du, piepst du. Ding, 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 ding. Scheiße, was ich, oder? Zunerde, aber wurscht. Ah, Gottes Ampeterin muss man schon mehr machen, ist sicher. Ein Catcher hat auch zu langs gar nicht reinzustellen lassen. Ah, war das schon mal wieder. Ah, wir haben Ehezeit. Wir haben Ehezeit, Iggy. Alles okay, alles okay. Ich wollte jetzt eh gerade so ein bisschen weg haben von dem Bereich, dann kann ich wenigstens gut was einsammeln. Oh, jimmie. Wieder ein fetter Gewinner, wie lust. Jawoll, hierher da. Oh, lauter Boomerangs. Unke Novi, wir werden wieder stinken. Und Bass zum Geld nicht mehr. Wird stinken, wie die Werte. Warte, warte, warte. Wie viel haben wir? Okay, dann sind das eigentlich hauptsächlich nur Grundschaden und alles. Ja, dann wird das doch alles nur Grundschaden sein. Vielleicht kommt dann doch noch ein Dritter dazu, wer weiß, wer weiß. Oder geht der eine in die... Ah, ja, da geht der eine in die andere, wie? Na, wir suchen schon die Gegner. Wir suchen jetzt diesmal die Gegner aus. So schaut's aus. Hm, das ist cool. Der ist es cool. Der ist es cool. Ich kriege nicht einfach die Fehler. Also dementsprechend... Da habe ich wenigstens meine Heilung. Vielleicht geht es dann nur ein Level Up aus. Cool ist aber nicht Zeit, weil sie lehnen zu viel ist, was wir bisher gesammelt haben. Also dementsprechend würde ich jetzt eh gar nicht nur so dermaßen fühlen. Aber zeitlich wird es halt dann schon wieder Zeit. Ah, und schon wieder die nächste Fledermausse. Ui, ui. Nächste Fledermausse wird hort. Nächste Fledermausse wird hort. Dann wunder mich halt, womit ich dann draufgehe. Schlimm. Schlimm, 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 schon schlimm. Aber da fehlen immer nur so das ein oder andere Abkopf. Hm, hm, hm. Das ist auch notabel. Hm, hm, hm. Ah, alle Effekte. Das ist sehr klumpelt, das mit den Effekten. dabei braucht gewisse andere sachen wie flüche oder irgendwas ja dann zeigt sich das glaube ich erst mehr aus dann zeigt sich definitiv erst mehr aus sonst bringt es nichts sonst ganz wirklich wortwörtlich fliegen wie die fliegen genau so ist so ist so ist sehr sehr gut und den das sollte man sich behalten so 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 die stärke und alles drum und dran das müssen sich echt behalten sonst gibt es nichts sonst werden wir da nicht weit kommen wenn ich dann auch noch richtung feder geht dann schaut es auch noch relativ gut aus ich will es jetzt aber auch nicht übertreiben aber zeitlich schaut noch gut aus wenn man jetzt noch schadensmäßig noch ein bisschen weiter rauf gehen vielleicht noch ein double fliegen oder was auch immer vielleicht was anderes oder geschoss ablenkzeiten oder irgendwas in der richtung was uns natürlich einen richtig schönen vorteil mit sich bringt dann ist das schon was wert das ist einfach nur zeit das ist einfach nur voll auf zeit damit ich schnell von einer nachbägen das geht es nicht aus was geht es nicht aus was die wegen die fliedermäuse und so bis die fliege in euch da haben so dann gehen wir nur zu der anderen feder noch sicher nur dann wenn man sich gegönnt werden muss ich gegönnt werden geht nicht einfach mal nein ja dann muss ja auch gegönnt werden aber wir sind jetzt schon fast auf 10 also ich sollte mich langsam behalten es wird dann langsam bald nicht mehr spaßig werden aber dadurch dass man auch schaden erhöhen und alles das ist wichtig das ist sehr sehr wichtig ausnutzen einfach ausnutzen so da haben wir schon wenigstens das mit der feder erledigt passt wichtig und richtig jetzt haben wir wenigstens schon Prost drauf ja das wird vielleicht auch noch zerlegt werden sicher spielen wir sie ein bisschen mit der übertreibt nicht übertreibt nicht sonst sind wir wieder hier oder sonst sind wir definitiv wieder hier oder ich sehe das schon wieder ich riech das ich riech das das ist wieder dieser dieser moment wieder kurz davor es ist wieder dieser kurz davor moment ich weiß das ich kenne mich einfach ich kenne mich einfach ich kenne mich einfach ich hab dann wieder diesen höhenflug und dann gehe ich mein ich darf ich muss mich immer runter halten wenn ich zu weit rauf geh dann ist schmutz dann komm ich nicht weit Ja das ist praktisch. Oh! Hoppala! Das habe ich nicht mitbekommen. Aber da könnte man wieder das Glück vielleicht zugute kommen. Oder? Ja, wird auch nicht gesagt, dass das erhöht wird. Ja, fix. Mhm. Was ist jetzt mit dem Angegneter? Was ist denn da los? Der will nicht. Der will einfach nur nicht mehr gehen. Der will einfach nur nicht mehr gehen, der Hund. Ja, Blitze wäre schon mal nicht schlecht, auch wegen Double. Ich weiß es eh. Es weiß eh ich. Na komm, jetzt wird es aber langsam Zeit. Dass du jetzt mehr gehst. Oder ich habe nur bis 15. Bis spätestens 15 muss ich es alleine kommen. Ich wollte es nur mehr gesagt haben. 100%. 100%. 100%. Ich wollte es gerade sagen. Das kann nicht lange dauern. Das hätte echt nicht lange gedauern dürfen, Alter. Das hätte echt nicht lange gedauern dürfen, Alter. Das ist vielleicht mein Arsch. Schon wieder Glück, Alter. Was mache ich mit dem Scheiß? Wie viel geht das? Wie viel geht das? Über Double. Achso, da kann ich vielleicht noch schneller leveln oder irgendwas in der Richtung, gell? So was auch noch zusätzlich, gell? Wie viel Glück? Gut, man kann so einen Scheiß betonen, gell? Na dann nutzen wir unser Glück aus. Na schau, und Double. Alter, da wären Boomerangs quaff, Alter. Beisto steppern. Wie viele sind es jetzt mittlerweile schon? Ah doch nur 4. Wie irgendwie mit mehr Boomerangs gerechnet. Ich weiß nicht. Ach, da fällt noch ein Geschoss. Jetzt kommen die Dinger schon langsam. Mehr Schaden, richtig und richtig. Mehr Geschosse. Unschaden erhöhen. Let's go. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's definitiv kritisch. Jetzt wird sich das bewahr... Schauen wir mal. Verschauen wir mal. Jetzt werden wir das sehen, was ich jetzt die ganze Zeit geschaut habe, dass ich stärker werde, dass sich das jetzt bewahrheitet und zeigt, ob ich jetzt wirklich stark genug bin, dass ich das vielleicht doch irgendwie schaffe, dass wir raufkommen. Und Depp hat den Sarg noch da zusammenkriegen. Das Glück wird mir aber dazu wahrscheinlich nicht helfen. Ich glaube, ich bin zu sehr damit mit dem Kopf beschäftigt, dass ich unbedingt dieses... Das ist das eine Ding... Das ist das eine Ding... Das ist das eine Ding...